Liebe IR-Community-Mitglieder, wir freuen uns, dass 2015 wieder mit einer IR-Club-Konferenz eingeklungen wird. Am 28. Januar geht es los. Die Damen und Herren vom IR-Club und von der Kometis AG haben wieder mit viel Herzblut, Leidenschaft und Thought Leadership eine spannende Agenda für Sie aufgesetzt mit vielen interessanten und mehrwertsreichen IR-Themen. Wir bei Issue Direct sind in diesem Jahr als Sponsors dabei und freuen uns in diesem Jahr Ergebnisse mit Ihnen zu teilen über einen Global Investor Survey, wo über tausende von Analysten, Portfolio Manager, High Net Worth Individuals und Institutional Investors befragt wurden. Der, der im Januar noch mit den Geschäftsberichts beschäftigt ist, sollte auf jeden Fall diesen Termin vormerken. 28. Januar 2015. Seien Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.